Wie lange nutzt ihr schon den Smile Seminar Service bei Greinwetter und Partner? Wir sind jetzt seit vier Monaten dabei und sind total begeistert von den Seminaren. Also ich selber habe besucht jetzt das Thema Promotion und es ging um die Teamführung und kann selber nur schwärmen und meine Mitarbeiter nehmen auch sehr sehr viel mit und jetzt sind wir wirklich glücklich drüber. Was genau würdest du denn jetzt sagen unterscheidet die Seminare von anderen? Das ist ein ganzheitliches System würde ich sagen. Also es geht wirklich von vorne bis hinten ist es durchgeplant und der Mitarbeiter kann es einfach praktisch umsetzen. Das heißt es ist nicht nur Theorie, sondern der übt auch in Rollenspiele und kann dann wirklich im Studio das Ganze umsetzen und nimmt auch viel mit. Also die Motivation spielt natürlich eine ganz große Rolle und wenn ein Mitarbeiter aus dem Seminar kommt und kann das gleich umsetzen und ist voll motiviert, das ist natürlich unser Wunsch. Stimmt. Das hört sich sehr überzeugend an. Dann vielen Dank für die interessante Information und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. 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 Dankeschön.